Ah, da kannst du Sachen draufstellen. Stromrenerator? Wie im Stern? Ah, die da abbauen kannst. Da kannst du Sachen draufstellen, die du mit deinem Anzug aufbauen kannst. Ah, ja, ja. Okay. Bestimmte Sachen, brauchst dein Anzug dann hinterher auf, dann kannst du die da auch abbauen. Ich hab schon wieder Strom gefunden, aber den nehm ich jetzt nicht mehr. Wir machen erstmal unser Gewürze zum Schrotzgewürze. Dann haben wir Sachen lagern können. Wir kriegen die ganze Zeit Punkte für Forschen. Mhm. Und wir haben ja auch zwei Forschungsstationen. Ja, viel Spaß beim Arztammelfreinchen. Ich bin nicht darauf zu sehen, dass dein Solars 4 fängt, ihr Mensch. Wir haben zwei, hab ich gesagt. Nicht, dass wir zwei brauchen. Wir haben schon zwei. Mhm. Mhm. So, dann brauchen wir die Verlängerung trotzdem hier ran, damit ich auch weiß, wo da eigentlich ist. Und man hat immer Sauerstoff dabei. Ja, gut. Es hat Vor- und Nachteile. Ja, aber wenn die Dinge da mal ausgehen, dann musst du wieder recht neue haben. Ja, gut. Okay. Okay. Da kommt man zumindest schon mal weiter mit als ohne, ne? Ja, aber ich hab grad welche gefunden zu machen. Ich hab mir zwei Stück gemacht jetzt. Ja, ich hab alle zwei schon verbraucht. Ich bin schon wieder sonst wo. Ich hab hier schon wieder unserer Heimatbasis nicht. Ich bin irgendwie verkehrt gelaufen jetzt hier. Wollt ihr denn rein? Hier? Ja, da wo ich markiert hab. Mit dem Licht. Äh, mit dem Markierung. Da kann zwei. Ich wollte hier rein, wollte ich. Rein wollte ich. Weil da unten bin ich gestorben und liegen einige Sachen noch von mir. Von der Arbeitsschlanke. So. Gut. Wenn du was dann mit Gelbe in deine... deine Gelbe leistet, die deine Energie ist, abbauen, ne? Ja. Wenn ich das dir immer näher bist, dann kannst du die nicht mehr weiter machen. Aber so weit bin ich hier noch nicht. Ich muss mir erstmal... muss ich hier noch unten bauen. So. Ich hab jetzt welche gefunden zum Platzieren. Auch nicht schlecht. Lalalalalala. Hoppala. Junge, Junge. Hier geht's aber auch gleich abwärts. Ah, ich bemerks. Der ist echt mies. Vorsicht vor den Roten. Roten Fanzler, die greifen einen an. Ähm. Hier ist es. Ich hab ein Längungskabel gefunden. Hoppala. Nein! Bleib hier. Oh, ich hab eine Arbeitsschlanke gefunden. Aha. Hallo! Ah! Du bist tot? Nee. Nee. Mir ist beinahe mein Ding weggefallen. So. Oh, ich hab noch keine Arbeitslampe, ist mir gerade aufgefallen. Ja. Ich hab noch eine gefunden. Hallo? Wie? Ah, so. Meine Hütte, wo ich gestorben bin, da liegt auch ne Arbeitslampe. Wieso? Hä? Ich hab noch mal hier Energie. Ich hab noch mal hier Energie. So. Kompliziert mit dem hier. Oh, 239 Bits. Aber ich hab gefunden. Haha. Wieso? Ich hab ein richtig hartes Forschungsmaterial gefunden. Oh, Pfff. Oh. Pff. Beinahe Absturz hier. Oh nein 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 nein. Beinahe Absturz. nein ok der ist noch drinnen wir sind ist das eigentlich alles hier so steil wiii abwärts Junge ich hoffe langsam jetzt rück weil der Nektar schon wieder voll der Nektar schon sind wieder voll mhm ja vor allem haben wir uns gerade noch ganz viele gefunden so büpp 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 ja es wir haben ja auch zwei wie gesagt naja das eine ist ja toll jetzt bin ich hier im drinnen und hier ist nix toll echt toll echt toll oh ich umfallen wenn ich jetzt hier noch ein bisschen rumgrabe passiert dann was hier ich bin mensch ich muss alles kaputt machen das alles forschen erforschen guck mal also hier ist nix hui ja meiner war sehr viel toll jetzt bin ich hier umsonst reingekrabbelt ey okay naja auch gut lol du kann ich mir die Beine anschmeißen mhm k reingekrabbelt Gud bling 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 ok ok gum Achso, die kleinen Windmündel, könntest du doch den kleinen Generator, den du auf den Rücken hast, aufbauen, der Röte. Ja. Könntest du doch noch einen Radar aufbauen, das wird, glaube ich, auch sehr flanklich. Könnte man machen, ja. Ich trage mich nur, wo die ganzen Sandstürme derzeit bleiben. Entweder kommen die noch, oder wir sind noch gar nicht da in so'n Gebiet. Dass die nur in bestimmte Gebiete sind, vielleicht. Ja, das Problem ist halt, wenn so einer kommt, dann fliegt unser ganzes Material weg, ne? Ja. Muss man festmachen. Ja, wir müssen, nein, eigentlich ja irgendwann mal lang, wenn man so weiß ist. Ja, wir können ja ein Haus bauen. Aber dafür brauchen wir Silikon und Gummi. Wir haben ja ein Haus. Nein, ein anderes. Wir können ein anderes Haus bauen. Mit diesem großen Drucker kann man das machen. Ja. Ja, mal gucken. Ich glaube, es ist mal wieder im Wald weg. Wie sieht man schon mich wieder auf der Karte? Ne, mein Tissi ist nicht einmal nicht mehr. Ich wünsche mir so weit weg, dass man die Heimat nicht mehr sieht. Wieso machst du denn mal sowas? Kann. Stell dir vor. Was ist das? Schrott, oder? Schrott. Was hast du rausgegraben in den Spott? Da liegt manchmal so eine Dauer... Ey, so ein Eventarpunkt. Da ist in dem Inventar was drin. Inventar? Ja, so einen Rucksack, den du auf dem Rücken hast. Wenn manchmal so ein Rucksack kommt, mit dem... Eine Höhle. Also hier nicht. Ja, das ist, wie gesagt, meint man. Hier nicht! Ich hab die Höhle gefunden schon wieder. Eine Höhle? Ja. Oh, scheiße. Dann brauchen wir noch mal was. Verschluckt, ey. Verzeihung. Ähm, so. Du-du-du-du-du-du. So. Bauen wir uns mal hier irgendwo entlang. Ja, toll. Was hast du wieder gemacht? Ich hab hier gemischt gefunden, aber dann komm hier nicht ran, weil hier ein Loch zwischen ist. Dann muss ich rüberjumpen. So. Das ist gefährlich. Boah, ich hab hier noch mehr gemischt gefunden, also gemischt haben wir genug. Ist gut, dann kann man mehr Energiezentren bauen, dann kann man hier um halben Planeten bald bauen oder so weiter durch. Ja, aber das Wichtigste finden wir nicht, wa? Äh, anscheinend. Müssen wir wahrscheinlich auch nicht in die Höhle mit reingehen, extra. Aber dafür brauchen wir erstmal den großen Sauerstoff, extra und alles. Oh, jetzt ist der Baum runtergefallen in die Höhle, als ich das gebaut habe. Jo, plums. Tschüss, Baum. Oh, jetzt hab ich schon mal. Okay. Ball. Alles klar. Okay, das ist der Punkt. Bäume verschwinden einfach, wenn sie umfallen. Die holen einfacher. Schrott, Schrott. Den können wir einpacken. Mit dem großes Windkraftrad. Ja, das kannst du so mitschleppen. Ja. Musst du zurücklaufen dafür. Das kann Energie erzeugen, hier. Na, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Haben wir sonst noch was schönes hier? Ich bin nicht, wir sind mir gar nicht schon wieder weg. Okay, hier ist alles, alles Schrottes hier. Das war alles so schönes Finden hier. Ja, sonst wäre ja Forschung lang, weil wir gar nicht so viel finden würden. Ja. Ich hab ja auch noch was zum Forschen, irgendwas Grünes. Und ich glaub, zum Forschen haben wir jetzt genug, glaub ich. So. Wir haben noch mal ein bisschen Gemisch hier mit. Gemisch, Gemisch. Boah, Alter, what the fuck? Guck mal los. Wie viel Harz hab ich denn jetzt hier gefunden? Das ist das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe. Harz. Das riesen Harzlager hier gefunden wäre. Mann, Mann, Mann. Was auch hier, ich bin der Harz-Viren-Fänger hier von uns. Alter, ich hab einmal Harz abgebaut, mein ganzes, mein ganzes Inventars, voll mit Harz. Ja, wieso nicht, ne? Ja, wieso nicht, ne? Wie viel Harz hab ich gerade gefunden? Boah, ich fahr hier gleich auch nach, ey. Okay, Mann, Inventar ist fast voll mit... Und hier ist wieder so eine Kapsel, die man hier nicht öffnen kann, weil man dafür Energie braucht. Da musst du Energie dran stopseln, an der Kapsel. Dann öffnet sie dich, dann öffnet die sich und dann ist aber irgendwas Speziales vor uns drin. Ja, bring mal mit. Dann müssen wir... Den kann ich ja nicht mitnehmen, das ist ja das Problem. So. Die kannst du nicht mitnehmen, die muss da stehen bleiben. Bis dahin musst du dir Energie anbauen. Andi, dafür brauchst du, dafür hast du bestimmt den Generator, ne? Die tragbaren. Die Verlängerungskabel und so weiter, ne? Ne, nur den Generator mitnehmen, die tragbaren. Ja, dann musst du ein Kabel anschließen. Musst du ein Kabel dran anschließen? Ja. Ja, dann musst du das machen. Ich wollte ja sagen, ich komm dann zu dir, aber... Haha. Wenn ich nicht weiß, wo du bist, dann kann ich auch nicht zu dir kommen. Viel Spaß. Ein tragbares Generator kann ich selber bauen. Aber da musst du so ein Kabel reinbauen für. Das kannst du doch. Oder nicht? Eigentlich nicht. Du musst ja wie Strom rankriegen, ne? Ja, du kannst doch da irgendwas rein... raufsetzen. Ja, du kannst doch ein Kabel reinbauen. Kannst du doch kein Kabel rausziehen? Du kannst doch da eigentlich irgendwas rein... raufsetzen. Oder, äh, wir haben ja Energiezellen, die da raufsetzen wahrscheinlich. Oh nein, ich hab meine Verbindung verloren. Verbindung verloren? Verloren! Ja, ne, meine Verbindung verloren. In dem Sinne, ich weiß nicht mehr, wo ich gebaut habe. Oh... Ich hab die extra schon so hinter mir gebaut. Aber guckt man rein, man sieht die Kanister an, dann guckt man mit ansichten. Wo ist denn die Verbindung jetzt schon so? Haha. Ja, so habe ich gedacht, scheiße. Oh je. Gibt's auch, ja? Ich möchte ein Fahrzeug haben. Ja, ich kannst du kraften, wenn wir weiter forschen und so weiter. Dann musst du was freischrecken und alles. Ich hab schon wieder eine Minimum gefunden. Ich hatte die Metschleimung, da war mein Inventar voll. Er ist mit Hartz. Solar... Toll, was hilft das irgendwo? Ah, ich hab meine Verbindung wieder gefunden. Juhu! Komm mal zurück, glaub ich, oder? Ja? Ja. Komm mal Hartz? Äh, ja. Wie viel? Obwohl eigentlich nö. Oh nein, hier sind noch... Oh. Oh, das war knapp. Ah, das hab ich ja gebaut, stimmt ja. Weil ich einfach nur reingefallen bin. Oh, den Kopf nicht schütteln. B-bing! Boah, halt, halt, halt. So lang? Kann ich ja Übigkeiten laufen, ey. RTG! Keine Ahnung was. Willst du gleich mal mitlaufen? Was? Willst du gleich mal mitlaufen? Ja. Kann ich mal machen. Dann siehst du, wie weit die schon gebaut waren. Was ich alles aufnehmen musste, um dein scheiß Haar zu finden. B-b-b-b-b-m. Oh, ein Auto! Anhänger! Aluminium, hast du Aluminium? Du musst erst mal das erforschen unten. Tausend Punkte. Ja, weiß. Gemisch und Aluminium brauchen wir. Ich hab kein Aluminium gefunden. Nee, ich seh den nicht. Äh, wir brauchen ein bisschen Gemisch. Guck mal, ich komme. Wo ist... Ach da, das ist der Drucker? Äh... Und dann... Plattform A... Forschungskammer... Wie kann ich jetzt das kleine da bauen? So eine mittlere... Ich will so eine kleine Plattform bauen. Aber wie kann ich die bauen? Keine Ahnung. Müllerer Plattform. Freigeschaltet. Tragbarer Sauerstoffkanister. Äh, Sauerstoffmacher. Verlängerung. Aha. Okay. Ach so. Arbeitslicht. Kupfer brauchen wir dafür. Mit Windenergie im Strom. Kann ich nicht damit einfach das Ding antreiben? Welches Ding? Ähm... Die Arbeitsbox da, die ich da gefunden habe. Äh, weiß nicht. Wenn die zwei... Slots hat... Dann... Denk ich schon. Hämeer. Hämeer. Ein Hämeer. Rupfer. Ach, oder kann ich das mit dem Rupfer bauen? Verbindung, Sauerstofffilter, Kanister, kleiner Generator... Ähm... Leuchtfeuer. Ha. Kleiner Druckhau. Äh... Verbindung? Wahrscheinlich kann ich das noch nicht machen, weil ich nicht das Richtige da drin habe, ne? Geh mal her. Geh mal her. Geh mal her. Geh mal her. Oh, was kann ich jetzt alles so bauen? Verbindungen... Sauerstoff, Kanister. Äh, Kanister, Kanister, Sauerstoff. Ich geh nochmal dahin. Ich weiß, wie man das baut, was du meintest. Energie zu erzeugen. Ich kann vielleicht das Ding selber eröffnen. Ach so, das war's. Geh mal rein. Aber wie kann ich so eine kleine Plattform eigentlich bauen? Ich will so eine kleine Plattform bauen. Guck mal hier. Hey. Ja, ich guck. Falls du mich suchst, ne? Hm. Diesen Weg hier. Ja. Den einmal langlaufen, dann bindest du mich an, Mann. Okay. Ähm, danach, was weiß ich. 10.000 Spenden. Oh, die Forschung ist hier. Die Forschung ist... Fertig. Die sind beide fertig. Die sind beide fertig. Die können schon ganz einfach keine Punkte mehr. Wir müssen aus Neuestem forschen kommen. Das geht nicht zum forschen. Das ist Schrott. Das ist Schrott. Das ist Schrott. Das ist Schrott. Das ist ja voll Schrott. Das ist mein Bericht. Das ist das. Was ist das? Ja, das ist ja voll. Ich bin glücklich. Der ist in dem... Die ist ein Kochen. Die ist voll. Und die sind nicht gut. Ich bin ja sehr glücklich. Und nicht gut. Ich bin nicht lange hier rum. Ja, weil ich bin ja nível mit dem Heimat. Oh, da ist das, lange mein ned. Der ist fertig, nehmen wir mal deinen und den. Oh. Nein! Was macht der denn immer hier? Dass ich immer so raus tappen kann, ey, das ist doch doof. Ich kann hier nur Unterkunft machen. Ich brauche Silikon und Kunststoff. Ja, Unterkunft haben wir ja. Das ist das große Gebäude, das wir am Anfang haben. Da kannst du reingehen. Stimmt. Und wofür brauchen wir das dann jetzt hier? Wenn es ein Sandsturm kommt, dass du dich verstecken kannst. Dass so ein Sturm kommt. Stimmt, Unterkunft. Was können wir denn noch bauen? Solaranlage. Extra großes Lager. Wir brauchen Stahl und Eisen. Plattform... Ah, jetzt weiß ich vielleicht wie man was baut. Äh... Okay, wir haben da Wind. Äh... Das mal da weg. Bitte, danke. Dann, äh... Das mal hier, hier. Jetzt können wir da hinstellen. Dann stellen wir mal da hin, so. Wenn das so ein Ladding holen wir mal hier. Äh... So, äh... Forschungskammer. Plattform A. Ah... Gemisch. Äh... Großer Drucker. Aber wieso... Kann ich nicht... ...ne kleine Plattform machen? Oh, das geht wirklich. Oh, ich kann die Kapitel wirklich mit Energie versorgen. Ja. Ist doch gut. Ich hab ja Harz. Ja, ich hab ja Harz. Oder was ist das? Ich hab ein bisschen Harz umgelegt auch. Ja. Aber wie kann ich die dann bauen? Ich brauch, glaub ich... Ich weiß, glaub ich, was ich brauch. Äh... Wahrscheinlich den kleinen Drucker, ne? Haben wir eigentlich einen schon? Den kannst du mir halt an der Tasche bauen. Ich weiß. Haben wir jetzt gebaut. Nein, das will ich nicht. Hier bitte. Danke. Das... Großes Lager. Nein. Mittelgroße Platte. Ein Harz. Ach. Deshalb... Kann man das nicht drehen hier? Besser... Muss man auch drehen können. Äh... Warte mal hier ran da. Ja. Wir spielen nicht. Hallo? Mach doch mal da oben ran, bitte. Ach, da brauchen wir nur ein Harz. Ach so, okay, das ist das Kleine. Kleine jetzt. So, jetzt brauche ich ausnahmsweise mal ganz viel organische Ressourcen um die Kiste zu treffen, damit ich organisch die Kiste mit Stroh versorgen kann. Hat schon zwei oder was? Hä? Zweimal Harz, okay. Weiß aber nicht von wo passt er das jetzt weg, ne? So, okay. Nein, 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 du bleibst schön hier mein Kleiner. Ähm. Komm mal her, wir stellen dich mal hier hin. Ein bisschen drehen. Ein bisschen drehen. So. Äh, habe ich jetzt Energie? Jetzt habe ich alles da. Okay. So. So. Taa, Tum. Äh. Soll ich jetzt. Fah, oder? Ah. Soll ich jetzt nicht fahr, oder? Was steht hier denn? Großer Drucker. Komm mal her hier. Ob das jetzt so richtig ist. Warte mal, den holen wir mal hier her, den holen wir mal rein. Nein. So. So, packen wir, jetzt zippe ich da hinten wieder rum, oh so, da momentan da hin, das dahin, da hin, äh, haben wir sonst noch nicht, haben wir sonst noch nicht, haben wir sonst noch was wir hier gebaut haben, ähm, F. Was ist das denn? Oh, ein Sitz. Okay, was ist das hier? Mittelgroßer Drucker, der haben wir. Mittelgroßes Lager. Zwei mal hauerns. So. Ja, dann starte mal das Ding da, bitte. So, das dahin, äh, das dahin, äh, das hier, keine Ahnung, dahin. Oh, ich hab die Kaffze geöffnet. Wow, geil, und was ist da schönes drinne? Na ja, 56, ich bin's. Okay. Äh. Äh. Äh, ja, toll. Äh, toll. Jetzt hab ich das ganz toll gemacht. Weg, und weg, und, komm du mal bitte her hier, und dich. Geht nicht? Ich geh nicht. So. So, ein bisschen aufräumen, bitte. So. Einmal aufräumen, ein wenig. Gib also jetzt mal aufräum, was geht, zumindest. Äh, so. So. Ich habe jetzt drei kleine Generatoren dabei, aber ich habe drei kleine Generatoren getroffen, um die Kapsel zu erfüllen. Und dann halt auf den Discord kommen. Dann kann man beim nächsten Mal darüber sprechen. Hallo, was ist denn bei dir los da? Die Katzen spielen. Sie spielen, ah ok. Hört sich denn an, dass die hier damit abreißen, äh abreißen, dass die hier da was zerlegen aber. Ich habe Kopfer gefunden. Kopfer, Kopfer ist gut. So, haben wir irgendwas noch zu erforschen hier gehabt? Ne, ne? Kann ich was mitbringen? Ja, wenn du möchtest, ja. Hier hinten hatte ich auch noch was. Was war denn hier hinten noch so? Was hast du gefunden? Ja, kommt mir gar entgegen. Nein, ich lauf weg von dir. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Oh, wieso ruckst du denn hier so hier? Junge, Junge, ich bin zu schnell. Einmal scannen bitte, danke. Siri, 148, danke für dein Follower. Und herzlich willkommen im Ark. Wieso drehe ich mich auf einmal so hier? Ich wollte ja hier irgendwas nochmal mitnehmen. Nicht diese Station. War die auch mal, aber... Was immer mitzusteppen ist immer so ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgefragt. Ja, hier habe ich auch so einen Klotz hier noch. Einen Klotz. Einen Klotz. Ähm... Wenn ich da weiterlaufe... Dann, dann... Ja. Das hier ist Forschungsmaterial. Okay. Ich darf hier mal so lang. Mach hier was interessantes ist? Ja. Einmal forschen bitte. Nee, die, 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 die. Oh, jetzt haben wir hier vier Granatoren stehen. Ne, klein. Vier Generatoren? Ja, ich habe ein paar gebaut und... Oh, du. Ich brauche mindestens drei Stück, um einen so einen Denergiekasten aufzumachen. Oh. Ja, deswegen. Was ist das denn hier? Was ist das? Oh, ich kann eine Taktform bauen. Wollen wir eine Taktform bauen? Lager-Taktform? Ja, einfach... einfach mal was bauen. Nein, ich will gleich sterben. Ja, wer nicht will sterben. Nein. Lauf schneller! Ich habe es nicht gesagt. Ich habe es nicht mit einer Taktform unten. Ich habe es nicht mit einer Taktform, das ist es nicht so ganz verfassbar. Das werden es nicht mit einer Taktform machen. Ok, so, jetzt muss ich dann nochmal wieder hin. Siri ist neu hier, sag hallo. Habe ich doch schon hallo gesagt. Aber danke, dass er mich nochmal daran erinnert. Hätte ich auch bestimmt wieder vergessen. Scharf um die Kurve. Das kann ich mir nicht bei dir vorstellen, dass du es gar nicht vergessen würdest. Ja, ich hatte es auch schon mal, dann wurde es gar nicht angezeigt. Aus irgendeinem Grund. Weil ich meine Zuschauer hasse. Oh. Nein. Nein, das stimmt nicht. Ich freue mich über jeden. Ich habe Leben gefunden. Fazit? René hast dann Zuschauer. Ja. Wofür braucht man dann schon Zuschauer? Okay. Boah. Nein, das ist alles Spaß. Bitte. Wer das hier ernst nimmt, der ist dann... Ja, verkehrt. Ja, der hat einen falschen... falschen... ruhig. Wenn er eine Forschungssation hat sich an, weil er den Wind-Simulator nicht funktioniert. Ja, voll egal. Was funktioniert nicht? Die Windanlage funktioniert nicht. Und wenn man die verbinden, jetzt kann ich auch forschen. Ach so. Habe ich die irgendwie abgebaut gehabt? Kann ja sein. Ja, hast du. Oh nein. Ich habe sie dargestellt. Alles gut. Ich werde ja schon wieder sterben. Nein. Oh, das gibt es doch nicht. Komm mal gleich auf den Discord. Na ja. Oh, da wirst du ja gerade. Ja, muss mal gucken, ob das überhaupt geht, weil... Ich weiß gar nicht, ob... in welcher Stufe du, glaube ich, bist. Ich hab da jetzt... Ja, vor dir steht Kupfer. Also Discord, aber ich... Was? Kupfer, mach. Real Kupfer. Kupfer Kunststoff. Ja, wofür bräuchte ich das denn noch? Also, jetzt wird's mir langsam recht. Äh, ich sage mir hier wie blöder... Äh, wofür war das denn jetzt? Hm. Muss ich jetzt einfach mal in den Geform? Ja, ich weiß das nicht mehr. Ja, ich weiß das nicht mehr. Ich geh gleich gucken. Unglaublich, ey. Mein Name in T-Rex sah freisig und er sagt, wofür war das denn jetzt doch. Ja, ich hab so viel mehr eben angeguckt, Mensch. Man, 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 man. Aber kannst ruhig auf dem Discord drauf joinen. Oder beitreten. Quatschen kann man ja sonst später nochmal oder so. Mhm. Mhm. Voll amüsiert, äh, voll amüsiert, alles klar. Voll... äh, äh, äh. Voll äh, äh, äh. Ja, äh, äh. So, jetzt klappt das aber hier, oder? Ups, verkehrt. So, wir nehmen das hier mal mit, und das hier nochmal mit. So, jetzt nochmal. Und dreh dich doch nicht immer, Männchen. Ich geh meinen Weg wieder, ne? Ja, tschüss. Aber verlaufen dich bitte nicht. Ja, tschüss mich auch. Das war... eigentlich ernst gemeint, dass du dich nicht verlaufen sollst. Jaaaa. Ups, blöd. Äh... Haben wir noch was vergessen? Oh, neu. Das wollte ich nicht. Ich hab ne Pflanze ausgeklampft, die Forschen. Ich kam mir doch mal davon entgegen. Ich kam dir entgegen? Ja, ich muss jetzt zurücklaufen, weil die Forschen schwerfällig ist. Oh, ich könnte panzen. Hallo? Hä? Hier war's noch Männchen heute. Waren die Fehlbindung nicht früher mal weiter weg? Also, könnte man die nicht mal weiter, äh, wegsetzen? Das kann man... Es ist gonna. Ablaufen in der Fektion. Ein als Örger. In der Zukunft, sehr begonnen durch,aji hält immer wieder in der Tat. Grobe den Männchen hat mich noch in der stirru� cheese. Das ist wirklich wie, wie ich hier' sleeperfuß muss wenn auch mal danach. Vielen Dank.